Guten Abend und herzlich willkommen. Die Spätnews bei Vox heute mit diesen Themen. Suche nach Überlebenden der Gasexplosion. Israel bombardiert Palästinenser Hauptquartier. US-Präsidentschaftswahl vor der Entscheidung. Nach der verheerenden Gasexplosion in einem Bremer Altenheim, bei dem mindestens 21 Menschen verletzt wurden, konnten Feuerwehrleute am Abend eine Frau und einen Mann... ... ... ... ...